Die Punkte sind dabei. Drei, vier, fünf. Klug, scheinen auch drei. Ja, ich glaube. Du hast dir so ungekrampelt, dass da dein Boden ist. Hohoho, Heidi. Ja. Hallo! Ist hier was zu Hause? Ich bin da! Fuck you! I don't do it! Gib mir einen kleinen Stock. Dann kann ich das oben abziehen. Bess, Mutti? Ja. Richtig schnell rum. Hallo! Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Dann kommen die alle raus. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Du bist echt ein Feigling? Ja, ich bin ein Feigling. Als wenn ich mein ganzes Gesicht voll... ...verlade. Dann mach das doch nicht im Stock. Hau das mit dem Stock runter, dann mach das da seine... Ja, dann muss der in die Tüte fallen, Mann. Nein, mach das da unten, dann mach das mit dem Spree drauf. Halt die Leiter fest, die Pferd. Mach das. Du musst doch in die Tüte rein. Mach das selber, Mann! Geh weg! Hallo! Du musst hier nicht rumbleiben, aber mach das selber mit dem Scheiß. Steig da jetzt bitte drauf! Nein, was passiert? Wenn du es nur halb aufmachst, dann kriegst du es noch nicht alles ins Gesicht. Ja, das weiß ich. Das ist mir auch klar. Ja. Also mit der Tüte rumfassest du das sicher. Du musst du noch höher gehen. Ja, ja, dann musst du ja sagen, das kannst ich auch noch machen. Weil das ist blöd zu mir. Bika, hast du ne bessere Idee? Mit der Tüte rumfassest du das sicher? Halt fest die Leiter! Ja. Ja.